Willkommen zurück zu Resistance 2, ja und wir versuchen es einfach noch mal, mal gucken, kommt da rein, ja, so, jetzt müssen wir rennen, so langsam habe ich es, glaube ich, kapiert, aber beim letzten Mal, da hat er ja wirklich, so, hier, naja, jetzt will er aber wieder eine Weile nicht, komm, so, Moment, wir müssen da hin, ah, schnell, ja, komm doch, komm doch, komm doch, hier hat er eine Weile gebraucht, ne, ja, wir können ja noch mal, ja, vertrauen sie mir, der ist, der ist ja nicht hier unten, komm, 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 naja, der will nicht auf denselben Trick, auf den er schon zweimal reingefallen ist, will er nicht noch ein drittes Mal reinfallen, ist doch verständlich, Ah, jetzt, geschafft, so, ich nehme mal hier von dem, nehme ich mal trotzdem mit, weil wir haben ja jetzt noch mal vier Schuss, ich glaube zwar nicht, dass wir das brauchen, aber wir haben ja noch, Gatling haben wir ja auch noch reichlich drin, so, ähm, ah ja, da drüben muss ich hin, okay, das fand ich jetzt nicht so einfach, äh, weil der ja beim dritten Mal gar nicht wollte, ne, so, dann aufwärts, so, das sind wir schon mal los, das, äh, wir dürfen keine Zeit verlieren, wenn er die anderen Türme aktiviert, können wir die Transformation nicht mehr aufhalten, die Transformation, diese Türme sind Millionen von Jahren alt, Nathan, ihre Architekten sind lange tot und ihr Zweck wurde nicht erfüllt, durch die Schöpfung von Daedalus löste ich unwissentlich eine Kette schrecklicher Ereignisse aus, die zu dem gleichen Ende führt, das unserer Welt einst erspart blieb, die Bestien haben uns noch nicht besiegt, aber wenn Daedalus nicht aufgehalten wird, ist unser Schicksal unerwähntbar, das heißt, den Typen, den ich verstehe, der so aussieht wie ne, 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 krake mäßig, Ich denke mal, gegen den müssen wir kämpfen, prima, Doktor, Doktor, aber hoffentlich verwandle ich mich nicht auch zu so'n Vieh, titan, was denn für'n titan? und da, weg da! Vorne, bitte kommen, entzelt des Tals, ein titaner Taimaker erwischt. Verstanden, Capelli, die steht mit der Gatling-Gun! Sind bereit, zeigen Ihnen nur die Richtung! Negativ! Bleiben Sie auf Abschied! Äh, Moment! Verstanden, 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 bleibt Sie bei der Kante, hier noch ein Gat, stopp! Alter! Den hat's weggeledert. Warte mal. Ist da noch einer? Ach nee. Okay. Okay. Was soll ich denn gegen den zweiten machen? Wegrennen? Wo rennst du hin? Hier vielleicht? Ah wow. Ja prima. Kein Schuss mehr. Messern. Messern. Ah habt ihr gesehen? Der Doktor hier. Was ist mit ihm los? Boah. Da ist er wieder. Habe ich jetzt gerade eine Rakete aufgesammelt? Nee. Auf der Anhöhe. Wenn ich hier nichts kriege mit dem, was ich platt machen kann, dann... Wo ist der Doktor? Aua. Warte mal. Warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich glaub... Naja, das war zu weit. Wir müssen ja nur die Dinger hier... Na, bleibst du schön stehen. Na, bleibst du schön stehen. Treff ich den jetzt überhaupt? Oh! Ja, das war jetzt kein Rammel, oder? Ja. Ja, das war jetzt, warum. Wie kann man das? Warte dir, ich werde nicht los. Oh! Ab. Wie kann man das? Aber das war jetzt immer noch mal. Oh, oh, oh. Kommt näher. Tja, schön, es hat keine Munition mehr. Die Gatlinge ist auch leer. Halt, hier war was. Ach, das war auch der Lehrer. Joa, was soll ich da machen? Keine Granaten mehr, gar nichts mehr. Kann man mal einer Munition geben? Der qualmt doch schon. Der braucht nicht mehr viel. Wow, 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 wow. Ja, jetzt ist wieder Apple. Ich denke mal, man muss den besiegen. Aber wenn ich jetzt keine Muni mehr kriege, dann ist es vorbei. Wir können ja nochmal hier hochrennen. Der Anhöhe. Ach, hier geht es ja weiter. Sollte man den... Oh, als hätte ich... Sorry. Jetzt habe ich quasi meine ganze Munition verbraucht, nur ich hätte den gar nicht töten müssen. Jetzt muss der Turm in Chicago dran gelaufen. Okay. Aber wir hätten den noch fast erledigt. Hat schon gequalmt da oben, wie willst. Aber wieder nur eine Frage der Munition. Sie sehen scheiße aus, Lieutenant. War es wer? Hören Sie auf, Corporal. Es gibt nämlich keine Inhibitor-Station, wo wir hingehen. Sie sind jetzt eine wandelnde Zeitbombe. Genug, Corporal. Das ist ein Befehl. Nicht mehr lang. Das wissen Sie genau. Und dann puste ich Sie weg. Ist das klar? Ich werde nicht zögern. Nicht für eine Sekunde. Machen Sie doch. Aber bis es so weit ist, wechseln wir das Thema. Okay. Damit hat er wohl nicht gerechnet, dass wir so stark sind. Der Turm muss von innen abgeschaltet werden. Bringen Sie uns näher ran. Negativ. Eine Flotte Saber sollte einen Luftkorridor schaffen. Aber wir haben den Kontakt verloren. Alles klar, Lieutenant? Dr. Manikow, bleiben Sie bei der Eskorte. Und wenn es Eingang gibt, tauen Sie an. Wir melden uns, wenn der Weg zum Turm frei ist. Irgendwie sehen unsere Augen auch komisch aus. Habt ihr das mal gesehen? Die leuchten irgendwie so bräunlich. Chicago. Alles klar. Jetzt zeige ich mir, dass Munition und Achter vorne sind wieder so eine, die man nicht töten kann. Furien, ne? So hießen die. So, ja. Hier auch eine Furie. Boah, was für Viecher. Was haben wir noch dabei? Nur die. Okay. Moment, Jungs. Ich muss hier mal eben schnell gucken. Hier hat einer ein stilles Plätzchen gehabt hier. Und sich einen gegönnt. Aha. Ja, müssen jetzt aber auch nicht alles absuchen. Obwohl, da kann ich nochmal hochgehen. Wo nichts ist. Okay. Hier liegt aber schon mal eine. Genau. Was ist das denn für eine? Das ist auf jeden Fall... Uh, guck mal. Schießt die mit so einem... Klingen vorne? Wir werden es sehen. Ich gehe mal hier noch schnell hoch. Boah, wie sieht es hier im Hinterhof aus? Die Dächer. Wo denn? Tatsächlich? Wow, wow, wow. Total geil. Guckt euch das mal an. Zack, zack, zack. Boah, war das gerade Zeitlupe? Da lebt nur einer. So. So. Okay. Kann ich die Blätter hier wieder aufheben? Anscheinend nicht. Ah, da schießen wir doch aus der Hüfte. Das sind ja alles diese frisch geschlüpften, ne? Die sind ja komplett nackig hier. So, ich gehe mal hier kurz gucken. Warum auch immer. Hier ist nichts... Ich müsste langsam mal... Ich müsste langsam mal... Ich muss mal hier... Jungs, ich muss mal hier ein bisschen gucken, äh, wegen... Ja, ich habe keine Muni mehr. Okay, wo habe ich die Muni denn jetzt herbekommen? Das ist mir ein Rätsel. Ich gehe trotzdem mal hier hinter. Hier ist aber nichts. Tut mir aber leid. Tut mir aber leid. Oh, die Magnum. Ja, sorry. Besser wie gar keine Muni. Hier können wir noch zwei Klingen abschießen. Und dann heißt es Magnum Power. Naja, Feuerschaden kriegt man ja hier. Das weiß ich schon. Mann, hier liegt aber auch nirgendwo was. Achso, hier. Wie war das nochmal? So. Hahaha. Hier liegt auch nichts. Feuer einstellen. Da müssen wir lang. Okay. Was klappert denn hier? Da oben. Ah ne, da hängt einer an der Leiter. So, ja. Hier ist aber nichts mehr. So, Jungs. Schauen wir mal. Echo 1, wir haben ein Problem. Aufbehrer melden Pürscher, die sich von Westen der Stadt nähern. Sie könnten den Sender des Senkrechtstarters angepeilt haben. Verstanden. Ich schicke Horvorn und Capelli als Verstärkung zurück. Melden Sie sich, wenn alles gesichert ist, Capelli. Verstanden. Wir sind unterwegs. Bewegung, Horvorn. Ach, er hört jetzt. Der, der unser Feuer noch umbringen wollte. Sieht nach Höllenfeuertürmen aus. Wurden Sie vielleicht deaktiviert? Wurden Sie vielleicht deaktiviert? Ja, dann gib mir mal eine ordentliche Waffe hier. Aber ich hoffe mal, da oben ist eine. Meistens legen die doch dann extra auch eine Waffe dahin, die man benötigt. Ah, da kann ich rein. Komm. Ach so, ist das so ein Ding, was ich umpolen kann? Schütze ledig. Los. Verstanden. Position halten. Die Scheiße nimmt er drüben aus. Ich habe Feindkontakt. Vora schießen auf mich. Ich sehe sie. Bin unterwegs. Negativ. Der Turm ist noch aktiv. Ich kann... Warte mal. Gehen da. Noch zwei. Boah, ich muss aufpassen. Alter, hier schießt einer mit dem Bohrer. Und leider hat es mich da weggeschmort. Aber ist nicht so schlimm. Ich weiß jetzt, wo die stehen. Muss ich nur auf den, äh, Dings aufpassen. Okay. Nochmal. Jetzt läuft's besser. Garantiert. So, du Scheißteil. So, in die Hocke gehen. Warte mal. Warte mal. Oh, ich hab ja hier... Hab ich gar nicht gesehen. Ich habe Feindkontakt. Vora schießen auf mich. Ich sehe sie. Bin unterwegs. Negativ. Sie haben dich entdeckt. Fingst der Position. Einer weniger. Noch zwei. So, da ist noch einer. Oh, Scheiße. Das Ding hat mich wieder erwischt. Äh. Der kann aber nicht durch die Wand schießen, dieses Riesenteil. So, das wollen wir aber in dem Part hier noch schaffen. Da gibt's kein Wenn und Aber. So. Wie konnte denn das Ding da mich, äh, erwischen? Ich habe Feindkontakt. Da kommt zwei. Ich sehe sie. Bin unterwegs. Negativ. Der Turb ist noch aktiv. Kleiner weniger. So. So. So, wartet mal. Ich muss mal kurz hier hinter. Irgendwas hat mich da jetzt gerade... Einer... Ja, da schießt nur einer mit dem Bohrer. Kopfschuss. Ja. Ja, ich dachte, es war ja schon zweimal. Den hat er aktiviert. Okay. Oh, oh. Da hinten. Äh, ich glaube nicht, dass ich jetzt hier... Äh, ich glaube, dann muss ich wieder zurück, ne? Äh, bin ich nicht vorhin hier... Ach, ich bin da da runtergesprungen. Nee, ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich muss hier irgendwie in den nächsten Abteil rein. Hier. Aua, aua, aua. Hört auf. Was? Was war denn das gerade? Aber hier kann ich nichts machen. Es sei... Hier um die Ecke. So, dann kann ich mich ja... Oh, da ist auch noch einer. Ja. Alter. Wo kommt der Vieh denn her jetzt? So, alles klar, mein Junge. Mach mal die Maschine aus. Können weiter. So. Das heißt... Kann ich springen, ja? Ja. Wow, 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 wow. Oh, der Part wird schon wieder so lange. Aber ich will das hier noch... Sonst muss ich das nämlich nochmal machen. Äh, die Drohnen. So. Scheiße. Komm doch. Oh, in Deckung bleiben. Hat er den anderen vielleicht auch noch schon Schaden gemacht? So. Ah, jetzt ist die Frage, nehme ich die Sniper mit? Ah, ich bleibe mal lieber bei der hier. Oh, 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 oh. Ah, schaltet den, schaltet den mal aus jetzt endlich. Ah, jetzt hat er ihn ausgeschaltet, okay. So, mein Freund. So, ich muss jetzt leider noch weiterspielen, bis gespeichert wird. Tür eintreten. Okay. War hier noch eine Tür? Moment, konnte ich die auch eintreten? Nee. Die nicht. Jetzt hat er gespeichert. Hier schwimmen doch bestimmt wieder so eine Viecher rum, ne? Aber na gut, hier hat er ja gespeichert. Äh, dann würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Wir sind ja hier schon bei 27 Minuten. Ja, dann sag ich mal, tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt. Resistance 2 und es bleibt spannend. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschau. Tschau. Tschau.